Herzlich willkommen zurück auf unserem YouTube-Kanal. Wir werden jetzt in diesem Video darüber sprechen, warum Facebook-Ads und Coaching-Dienstleistungen zu Steuernachzahlungen im fünfstelligen Bereich führen können, wenn du ein digitales Unternehmen in der Schweiz hast. Kürzlich hat mich ein Unternehmer kontaktiert, der 27.000 Franken nachzahlen musste, weil er sich falsch beraten lassen hat. Und es gibt eben zwei Steuerfallen, in die er getappt ist. Die eine ist die Bezugsteuerfalle und die andere ist die Saldo-Steuersatzfalle. Also es geht hier um die Mehrwertsteuerregistrierung in der Schweiz. Und genau das werden wir jetzt in diesem Video anschauen, damit du nicht wertvolles Geld verlierst. Das Tückische daran ist, dass sowohl Unternehmen, die mehrwertsteuerpflichtig sind, betroffen sind, aber auch Unternehmen, die nicht mehrwertsteuerpflichtig sind. Also schauen wir das mal direkt in diesem Video an. Zuerst mal sprechen wir über die mysteriöse Bezugssteuer. Es ist nämlich so, dass wenn du jetzt was aus dem Ausland bestellst, das kennst du sicherlich, du bestellst in irgendeinem Online-Shop oder so etwas. Und dann bestellst du etwas, das zum Beispiel über 65 Franken kostet. Und dann kriegst du nochmal eine Rechnung vom schweizerischen Zoll, wo dann Zollgebühren drauf sind, aber auch 7,7% Mehrwertsteuer. Und da geht es jetzt um die Einfuhrumsatzsteuer. Aber ich möchte das hier ganz kurz aufzeigen, damit du verstehst, was die Bezugssteuer ist. Die Bezugssteuer ist eigentlich dasselbe Prinzip, außer, dass die meisten Leute nicht wissen, dass wenn man Dienstleistungen aus dem Ausland importiert, dass man darauf auch 7,7% zahlen muss. Und das ist sozusagen so eine Einfuhrumsatzsteuer auf Dienstleistungen. Das betrifft vor allem Dienstleistungen, wie zum Beispiel Werbung, die du schaltest auf Facebook oder Google Ads zum Beispiel. Aber das betrifft auch Coachings, die du aus dem Ausland beziehst. Zum Beispiel in Deutschland, wenn du da einen Coach hast oder so. Oder eine Agentur zum Beispiel, die gewisse Werbedienstleistung für dich erbringt von Deutschland aus. Dann bist du auch betroffen. Und auch wenn du Outsourcing betreibst, zum Beispiel wenn du nach Indien oder nach Pakistan zum Beispiel Softwareentwicklung outsourcest. Genau in diesen Fällen musst du dann auch nochmal 7,7% nachzahlen. Und das Interessante daran ist, du kriegst ja nicht eine Rechnung wie vom Zoll oder so, sondern du bist selber verpflichtet, das abzurechnen mit der Mehrwertsteuer. Und das Problem ist, dass die meisten Unternehmer und Unternehmerinnen nicht Bescheid wissen, wie das Ganze zu machen ist. Leider auch sehr viele Treuhinder und Steuerberater hier in der Schweiz die wissen nicht genau, wie das funktioniert, weil viele Treuhinder nicht genug Erfahrung haben, auch mit digitalen Unternehmen. Vor allem, wenn du Coaching und Werbung und so weiter die ganze Zeit einkaufst. Das Ding ist vor allem, dass das oftmals unbemerkt bleibt und mehrere Jahre so geht. Und irgendwann kommt dann die Steuerverwaltung dahinter, dass du das gemacht hast. Und das große Risiko ist, dass du dann plötzlich für viele Jahre in die Vergangenheit Nachzahlung machen musst. Und da kommen dann auch noch Verzugszinsen drauf. Und das kann dich praktisch eigentlich ruinieren oder deine Firma ruinieren, wenn dann die Steuerverwaltung dir eine hohe Nachzahlungsrechnung sendet. Wie man diese Bezugssteuer zurückfordern kann und wie man sich auch richtig anmeldet, das werde ich dir jetzt noch im Verlauf des Videos zeigen. Aber jetzt sprechen wir mal erstmal über Online-Werbung. Was viele Unternehmer und Unternehmerinnen nicht wissen, ist, dass Firmen wie zum Beispiel Facebook oder Google nicht im schweizerischen Mehrwertsteuerregister eingetragen sind. Und das führt dann eben dazu, dass dann auch hier eine Bezugssteuerpflicht entsteht und dass du dann darauf Bezugssteuer abliefern musst. Wenn du also regelmäßig Geld für Online-Werbung, Coaching und Outsourcing bezahlst, dann rate ich dir auf jeden Fall, deine Steuersituation ganz genau prüfen zu lassen. Vor allem ist das so, dass du bezugssteuerpflichtig bist, wenn du bei der Mehrwertsteuer angemeldet bist. Aber wenn du nicht bei der Mehrwertsteuer Schweiz angemeldet bist, dann kann auch diese Bezugssteuerpflicht entstehen, wenn du diese Dienstleistung in Höhe von 10.000 Schweizer Franken oder mehr beziehst. Das Gute an der Bezugssteuerfalle ist, dass man sie auf einfache Art und Weise entschärfen kann. Vor allem, wenn du schon bei der Mehrwertsteuer angemeldet bist, dann kann man einen Wechsel der Mehrwertsteuer-Methode beantragen. Da gibt es auch ganz klare Fristen, da muss man mega aufpassen, dass du das alles rechtzeitig auch machst. Aber da kann man auf jeden Fall eine Änderung machen. Oder wenn du gar nicht bei der Mehrwertsteuer angemeldet bist, dann kannst du dich zum Beispiel auch freiwillig bei der Mehrwertsteuer anmelden. Also da lohnt es sich auch, das Ganze zu berechnen. Vor allem, wenn du auch sehr viel Umsatz im Ausland betreibst, kann das zum Beispiel sowieso Sinne geben, wenn du dich freiwillig anmeldest bei der Mehrwertsteuer oder vor allem, wenn du auch B2B-Dienstleistungen erbringst. Also sprich, wenn du Dienstleistungen oder Produkte verkaufst an andere Firmen zum Beispiel, da kann sich das auch lohnen. Und wenn du auch sehr viele Dinge einkaufst, wo sehr viel Mehrwertsteuer selber drauf ist, wenn du auch mal ein größeres Auto kaufst oder so. Das heißt, das lohnt sich auf jeden Fall, diese Situation da ganz genau zu prüfen. Leider kommen einfach immer wieder sehr viele Unternehmer und Unternehmerinnen zu mir, die bereits in diese Bezugssteuerfalle getappt sind. Da kann man dann oftmals in die Vergangenheit rückwirkend nicht mehr so viel machen, aber zumindest kann man dann schauen, dass das alles in Zukunft dann richtig läuft, dass du zumindest in Zukunft in den folgenden Jahren auch Steuern sparen kannst. Jetzt kommen wir aber zum zweiten Übeltäter und das ist eben die Saldo-Steuersatzmethode. Normalerweise, wenn man beraten wird hier als Unternehmer oder Unternehmerin von einem Treuhinder oder einem Berater im Finanzbereich, dann heißt es oftmals, ja, wähl unbedingt die Saldo-Steuersatzmethode, wenn du anfängst, dein Business aufzubauen, weil dann ist es ganz, ganz simpel. Du nimmst einfach deinen Umsatz, du musst es nur einmal pro halbes Jahr abrechnen, du nimmst den Umsatz und rechnest darauf einfach einen Prozentsatz und den Betrag zahlst du dann einfach. Das Problem ist eben, dass man da keine Vorsteuer zurückfordern kann und eben vor allem keine Bezugssteuer und das kann dann gerade eben, wie gesagt, bei Dienstleistungen wie Werbung, Coaching oder Outsourcing zu extrem hohen Steuernachzahlungen führen. In dem Beispiel, das ich ganz am Anfang hier erwähnt habe, war das so, dass der Unternehmer, der zu mir gekommen ist, 27.000 Franken nachzahlen musste. Da ist es so gewesen, dass er zu seiner Mutter gegangen ist, weil die BWL studiert hat und er hat sie um Rat gefragt und sie hat dann die Anmeldung für ihn durchgeführt und das hat dann eben zu diesen großen Nachzahlungen geführt und auch hier war das leider nicht möglich, dass man da rückwirkend groß was macht und aber hier haben wir dann natürlich geschaut, dass er zumindest in Zukunft diese Probleme nicht mehr bekommt. Ein zweiter Fall, den wir gerade jetzt vor ein paar Tagen reinbekommen haben, da war das so, dass eine Unternehmerin, eine Amazon-FBA-Händlerin zu uns gekommen ist und die hat gesagt, so ja, kann man überhaupt die Mehrwertsteuer auf den Amazon-Gebühren zurückfordern? Und da habe ich gesagt, ja, definitiv. Und dann meinte sie so, ja, aber ich habe ja bei der Mehrwertsteuer angerufen und die haben mir gesagt, das kann man nicht abziehen. Dann haben wir herausgefunden in dem Erstgespräch, dass sie sich eben mit der Saldo-Steuersatzmethode angemeldet hatte, weil sie der Meinung war, ja, ich will alles selber machen, ohne Treuhänder und so weiter. Und das heißt, sie hat ihr Unternehmen schon vier Jahre lang geführt, ohne dass sie diese Abzüge gemacht hat. Das heißt, wir haben festgestellt, dass sie Geld im fünfständigen Bereich verloren hat. Und gerade bei Amazon-FBA, aber auch eben, wenn du Dienstleistungen im Ausland erbringst, solltest du wirklich ganz genau aufpassen, dass du hier auch die richtige Mehrwertsteuer-Methode wählst. In diesem Video haben wir über die zwei Fallen gesprochen, also über die Bezugsteuerfalle und über die Saldo-Steuersatzfalle. Und oftmals gehen diese beiden Fallen eben zusammen. Also da muss man wirklich stark aufpassen, wenn du dich in einer Situation befindest, wo du dich für die Mehrwertsteuer angemeldet hast, aber du bist dir unsicher, ob die Anmeldung richtig passiert ist oder wenn du dich in einer Situation befindest, wo du, wie gesagt, sehr viel Werbung schaltest auf Facebook, Google und anderen Plattformen oder wo du viele Dienstleistungen einkaufst aus dem Ausland, wie zum Beispiel auch Marketingagenturen, die Sachen für dich machen oder Coaches, die im Ausland sind oder eben Outsourcing, dann lass dich da unbedingt beraten. Dann kannst du dich auch gerne bei uns melden. Unter telepski-treuhand.ch kannst du eine kostenlose Beratung buchen und wir werden dann in einem Erstgespräch schauen, ob und wie wir dir weiterhelfen können. Und ich freue mich jetzt schon darauf, mit dir zu sprechen. Wenn du noch mehr von diesem Content sehen willst, dann abonniere unbedingt unseren Kanal, klick auch den Like-Button und klick auch die Glocke, damit du jederzeit informiert bist, wenn wir mal ein neues Video rausbringen. Ich freue mich darauf, dich wiederzusehen. Bis bald, dein Henrik.